ach so ach so okay ach der heim ist wären wir jetzt da rausgegangen warst du gerade da draußen im smaragdhain ich glaube ja ich gehe zu cephalot zurück die vorne ist das schlachtfeld von vorhin wo ist hier vorne ja wir sind hier nur weiter rechts ich finde Arabellas Eltern ich finde Zoro wir haben jetzt so viele Quests offen ich weiß gar nicht was wir zuerst machen sollen das ist ja schlimm bei solchen Spielen ja wir sind hier jetzt noch in der Nähe des Lagers sollen wir zum Lager zurückgehen so dann den Goblin befreien dann aber willst du den Goblin wirklich befreien weiß ich nicht ich habe Angst dass alle feindlich sind dann wenn das keiner mitbekommt dann sind vielleicht die Goblins freundlich zu uns und wir können mit denen quatschen kommen die mal rein ah einfach nur ein bisschen gedauert warte mal ich habe eine andere Idee wir sind hier noch gar nicht hochgegangen ach so hier ist auch gar nichts ja jetzt die Binde von der Tore wie kommen wir denn da hin mein Vorschlag wäre wir reden erstmal jetzt mit ähm was ist er denn Zoro weil der will ja anscheinend irgendjemand möchte dass wir mit Zoro reden ich habe jetzt allerdings schon wieder vergessen wer das war er ist halt doof wenn man echt so viele Quests hat scheinbar suchen viele Leute aus diesem Druiden naja krass der hat auch immer noch unsere Sachen die ich verkauft habe ich bin am überlegen ich bin am überlegen ist das denn eigentlich wenn man Schriftrollen benutzt ist das dann so dass man die dauerhaft benutzt hat oder ist das dann so dass man das einmal äh nur einmalig benutzen kann und dann ist es weg das würde mich jetzt mal interessieren boah der hat doch ganz schön viel Gold noch gegenstände einmalige Verwendung ach so okay aber wenn ich das richtig verstanden hab zumal Gale wenn ich Gale wenn ich Gale eine Schriftrolle rüberschule müsste er die dann nicht erlernen das ist die Frage ob der die lernen kann Zauber erlernen als Fühler der Arkanen Künste können Magier neuer Zauber erlernen indem sie bestimmte Zauber Schriftrollen studieren statt sie zu verwenden hm oh Sammy du hast noch was drin zu mampfen immer noch äh ja ich geb mal kurz ich geb mal den Sammy kurz was zu essen bin sofort wieder da alter ja 100 Gold ey eins glaubt Gott klick slave Know genau glaubt 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 应 So, dann bin ich wieder. Moment, ich habe die Kopfhörer noch nicht drin. Äh... Na? So, jetzt aber. So, dann gebe ich Gamer 25 Gold und sage ihm, er soll die brennenden Hände erlernen. Nice. Dann kann er ja ganz schön viel lernen, ne? Oh, Gold kann man also nicht stehen. Da muss man schon wie viel Glück haben. Wie viel Gold könntest du ihm klauen? 600. Aber das spür ich nicht schaffen. Das ist wahrscheinlich dann der Grund. Wenn es nur ein Gold ist, wird es wahrscheinlich sehr einfach sein. Der hat wieder die Büsker-Werkzeug mit. Kann ich dem eher ein paar Sachen verkaufen, bevor du ihm die Taschen auslässt und ihm die rumlaufen lässt? Ja, ist ja gut. Handelt. Warte mal. Keine Ahnung. Ach ja, das wird nicht gehen. Irgendwann wird irgendwas gebraucht werden. Weg damit. Auf den GD auch. Scheißegal. Alles weg. Hm, wäre gar nicht mehr so schlecht, wenn ich dann alle, wenn ich die Diebeswerkzeug finde. Also klauen würde. Dann habe ich 10 Stück. Dann kann ich irgendwas tauschen. Alles so ein bisschen jedenfalls von gut und böse. Komm, wegen Gold, wenn die ausbauten, zack, 102 Gold. Oh, ja, das kann so. Ja, ich will auch nur kurz mit ihm handeln. Äh, den Topf brauche ich nicht. Dann kaufe ich deinen Scheiß, klaue den Scheiß zurück und dann kaufe ich ihn nochmal. Nee, ja, könnte ich theoretisch machen. Verrotterte Sachen brauche ich auch nicht. Den Teller brauche ich auch nicht. Sonst da irgendwas. Flaschen. Äh, alle Flaschen, damit die eigentlich auch mal wegkommen. Ey, das ist nicht dein Ernst, Sammy. Ist nicht. Du kriegst jetzt nichts anderes mehr. Nee, nee, nee. Wo hat er denn das Diebeswerkzeug? Ach, da unten. Silvanus, be with you. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Soft, alter Whisper. Warum ist das dein? Ist das deiner? Ja. Du hast ihm besprochen. Äh. Oh, Schriftrollervierbelebung wäre auch nicht. Ist auch schwer. Aber ich nehm doch mal das Diebeswerkzeug mit. 18. Okay, keine Rolle. Okay. Das ist schon gemein, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wer das tun würde. Oh, ich habe ein Superglas. Nein, das hast du verkauft. Leid ist es nur ein Alzheimer. Du kannst dich nicht mehr daran erinnern. Das ist so. Oh, da unten ist der Droidenhain. Ja, das wollte ich fragen. Das Markthain ist der Droidenhain, ne? Wo wir gerade waren. Da ist ein Eichhainchen. Er schreit nach dir. Ich muss nur kurz was verkaufen. Hä, ich will. Das hat einen Namen. Dann will er auch was. Aber ich muss nur kurz noch was verkaufen. Ich habe nur ein Silberglas. Das brauche ich nicht. Das ist etwas sehr viel Zwischensequenz für ein Eichhörnchen. Das hat mir den Fuß gebissen. Äh, Schriftrolle der Wiederbelebung. Soll ich die klauen? Soll ich die versuchen zu klauen? Oder fallen in Schärfungswerkzeug? Was musst du denn würfeln, um eine Schriftrolle der Wiederbelebung zu klauen? 14. Aber ich habe ja plus 5 Bonus. Ja. 50-50 so ungefähr, ne? Ja, fast. Nee, das Eichhörnchen dreh dich nicht. Mit Tieren umgehen. Mal gucken. Fall in Entschärfung. Aber die klaue ich auf jeden Fall. 16. Schön. So, wo haben wir denn das Eichhörnchen? Äh. Ich will hier hin. Ich will hier hin. Nicht erreichbar? Boah. Lass mich raus. Ah, du bist gar nicht rausgegangen. Du bist hier hochgegangen. Okay. Ah, hier geht es auch noch hoch. Okay. Nein, ich trete keine Eichhörnchen. Gottes Ratschlechter. Hier ist ein Charakter. Ist ein feindlicher NPC. Oben auf dem Berg. So, warte mal. Aber er ist das Eichhörnchen. Ja. Ich höre. Okay. Ist halt eine eigene Sequenz. Ja, ja. Verschöpfen. Treten. Nein. Nee, will ich jetzt aber auch nicht. Es gibt genug Platz für uns beide. Oh, ich muss jetzt 10 würfeln. Ja, ich setze beide Bonuse ein. Mal gucken, was... So. So knapp. Ja, echt so. Es gibt viel Platz für mich. Jetzt geht's los. Ich bin zufrieden, dich zu schauen. Was für ein freches Viech ist so. Jetzt kümmern wir uns mal da oben. Das Problem. Ich weiß nicht, das ist mir nicht ganz geheuer hier. Ja, zu weit weg. Ja, jetzt kann ich erst mal sprinten ohne Ende. Fehlstock. Nee, ist klar. Warte mal, was ist das für einer? Viel Stärke, viel Konstitution. Dann haue ich dem mal ein auf den... Mensch, der... Ich verwünschte ihn auf Stärke. Kann ja nicht schaden. Äh, pop, pop, pop. Er kann fliegen. Das ist sehr schön. Zack. Ja, das ist praktisch. Und... Na gut, dann kann ich mich auch nicht mehr machen. Und damit beende ich mal zu. Mit diesem Mion. Ich bohne der Schuss. Oh. Oh, macht ganz schön viel Schaden. Ja, lauf. Ja. Er ist nur bewusstlos, ne? Er ist nicht tot. Aber... Eingang wird dabei. Ah, wie praktisch. Ah, hat nichts zu melden. Aber wo sie jetzt sind? Ach so, sie steht da. Boah, die Rasse hat aber auch krasse Augen, ne? Ich wollte ja auch so einen machen, als Zauberer, allerdings. Kennst du diese YouTube-Reihe, all for one? Oder one for all? Äh, äh, D&D in Live-Action nachspielen? Ach so, ne, die kenne ich nicht. Ist, äh, leider auf Englisch, aber... Verdammt geil. Ja. Sehr lustig. Enttäuschen hat mich ertappt, gib mir die Münster, dann bin ich weg. Hm. Ich weiß nicht, beides hört sich nicht schlecht an. Oder zumindest... Ich weiß noch nicht, ob das halt gut endet. Naja, ich bin... Ein Vorteil, ich krieg plus 5, oder was? Wenn da schon schief gehen. Joa, okay. Und ich muss nur nur 5 würfeln. Ich kann gar nicht verkacken. Naja, ich glaub, das zu verkacken wäre schwierig gewesen. Äh, toll, ey. Wenn ich nicht scheitern kann, dann wirklich eine 20, ne? Mhm. Mönze, Herren, was meint ihr? Oh. Ach so. Ihr würdet mir sowieso nicht glauben. Naja, mehr können wir ja nicht machen. Und Teleskop, macht das was? Hä? Oh, Drache. Ja, warum nicht? Hä? Wird jetzt? Ja. Wie guckt ihr jetzt, der Teleskop, da fliegt ein roter Drache rum. Äh, wahrnehmen. Vor allem wirkt in der Ferne schienen und versuchen, mich mehr zu erkennen. Das ist jetzt gut zu fokussieren, um einen Blick auf das Bild zu kriegen. Naja, versuch mal zu fokussieren. Okay, das hat geklappt. Ja, das ist doof. Ich kann gerade nicht sehen, was du tust. Dann kannst du im Wald gucken. Mein Drache ist weg. Weiter nach rechts drehen. Nach links siehst du das Wrack von dem Tintenfischschiff. Rechts ist ein kaputtes Häuschen oder was. Und in der Mitte war halt vorhin über den Bäumen so ein roter Drache unterwegs. Äh, noch weiter links drehen. Könnt ihr ruhig ein bisschen schneller gehen in den Sequenzen. Eigentlich schon. Aber gut. Da ist ja irgendwas brennendes, ne? Also, städtetechnisch. Ähm. Wir gehen mal zu... Ich möchte jetzt mal zu Zoro gehen. Ich weiß nicht, was sie da zu sagen hat. Ich weiß doch nicht, warum der die ganze Zeit mit dem Großschwert in Angriffsmodus rennen muss. Ah, wahrscheinlich hast du keine... Keine Schwertschneider auf dem... Oder so. Ich kann nicht widerstehen. Ich will diese Schriftrollen haben. Oh, die Heiltränke, die wären auch nicht schlecht. Die brauchen nur acht. Oh, was heißt nur? Und ich hab achtzehn. Na ja, eigentlich dürfte er dich als Dieb nicht feststellen. Na ja, der würde mich anquatschen und sagen, ach, okay, du warst es nicht, okay. Was ich ja, als ich denn beim ersten Mal beklaut hab, hat er zuerst, äh, meinen Main angesprochen. Hm. Und hat gesagt, ja, okay, du warst es nicht. Und direkt danach, weil der... Asterion halt noch mit in der... Um sich gegestandt, hat er den sofort danach angesprochen und den sofort erkannt als Dieb. Hm. Ja, ich möchte jetzt eigentlich mal in den Droidenhain runter. Droidenhain? Achso. Ja, da bei dem Spirul, da ist an so einem Fahrstuhl. Okay, ich glaub, der eine lässt sich auch nur mit sich reden, wenn er betrunken ist. Ja. Weil der sagte, äh, ich würd schon ganz gerne betrunken sterben. Okay, der Fahrstuhl funktioniert nicht, da schläft ein Bär drauf. Äh, warte mal. Da schläft ein Bär drauf? Ja, da schläft ein Bär drauf, wir müssen durch die Höhlen wieder dahin. Der fährt nicht hoch, der Fahrstuhl. Achso. Dann machst du, wenn ich die Taschen leer, wach. Jedes Mal, wenn ich jetzt an dir vorbeilaufe, will ich ihn irgendwie beklauen. Flasche, Flasche, Glaskelch, Haferbrei, Kanne, den brauche ich nicht. Achso, das ist ja noch Berichterstatt mit dem Anführer. Ja, da will ich gleich auch noch hin. Aber der hat auch nichts, was sich jetzt noch lohnen könnte. Ich bin grad da, wenn du reinhören willst. Ja, sofort. Ist Malta rot? Hat die schlechteste Eigenschaft an welcher Jahrgänge? Hat er dich erwischt? Muss wohl, aber ich verstehe grad nicht, warum. Ich geh ins Gefängnis. Könnt ihr von da auszuhören? Wo ist denn die Klapptür? Warte. Nee, die sind... Hä? Achso, wir müssen die klapprige Tür zuschlagen, oder? Ah, okay. Ach ja, richtig. Ist ja gemein. Aber wo sind jetzt meine Gegenstände? Vorzeitige Entlassung. Ich denke, der wird genug, wenn der ausbrecht. Ah, okay, da sind meine ganzen Sachen. Okay. Ja, wo bist du denn gerade? Beim Anführer, in dem... ...Kämmerchen. In der Steintür. Wo kann ich denn jetzt sehen, dass ich gesucht werde? Neben deinem Porträt. Das sind deine Status-Symbole. Find ich gerade nicht. Nehmen mein Porträt... Nee. Kann doch bei dir erstmal zuhören. Aber was bezahlt ihr? Ich glaube so. Wir haben nicht viel. Aber wir werden zusammen zusammenhören, was wir können. Die Goblins töten. Achso. Und darf man ein bisschen Kohle kassieren, oder wie? Ja. Ah, okay. Keine Angst, ich tue, was ich kann. Würde ich jetzt nehmen. Ja. Everyone in this camp depends on it. Thank you. We'll be ready to leave as soon as you give word. Vielen Dank.